Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Jetzt eben wurde ganz schön das Blatt hier vorne in die Kamera geschlagen. Ich hoffe, ihr seid alle erwacht spätestens jetzt. So, wir gehen sie hoch. Wir waren hier schon mal in diesem Adachi-Anwesen. Problem daran, wir haben nicht viel gefunden. Das hing damit zusammen, wie es ich schon gesagt habe, dass das wahrscheinlich eine Quest hier ausgelöst wird. Waren die Spuren eines... Oh! Wer waren die Männer? Na, Mongolen. Hä? Doch nicht? Hä? Keine Mongolen und keine Banditen? Ich glaube, wo wir das letzte Mal da waren, da war das noch nicht, oder? So, lass mal reingehen. Jetzt haben die halt die schöne Tür kaputt gemacht. So, und mal da hinten hin. Vielleicht ist ja jetzt... Ja, jetzt gibt's was. Vorräte. Leder. Und das war's scheinbar. Okay. Geht ihr... Macht ihr eigentlich die Türen auf? So wie ich. Oder macht ihr die kaputt? So wie die Mongolen und Banditen und der ganze Rest. Okay. Mhm. Aha, die Kinder durchs Fenster gereicht. Ja, gleich. Wir wollen das mal... Alles durchwühlt. Kein Anzeichen von Gewalt. Ist das nicht Gewalt gegen Gegenstände? Okay, dann gehen wir mal zu den Pferdestillen. Das ist schon länger her, also. Oh, da war Blut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin der Koldach. Ich bin der Koldach. Ich bin der Koldach. Der Koldach ist in der Koldach. Ich habe die Koldach nicht geblieben. Ja. Ich bin der Kone. 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 Der Kone ist jetzt vorbei. Ich bin der Kone. Ich bin der Kone. Was für ein Kone? Warum ist der Kone? Ich werde das jetzt wiederholfen. Ich werde das nicht. Ich werde das nicht. Ich habe keine Hände in die Runde. Der Kone ist nicht verletzt. Ich habe das nicht verletzt. Ich weiß, dass ich es nicht verletzt. Ich werde das nicht verletzt. Ich werde das nicht verletzt. Ich werde das nicht verletzt. Die Geschichte von Fürstin Masako. Ja, also es zeichnet sich ein Bild ab. Immer wenn man jemanden rekrutieren soll, müssen wir erstmal den sein Ding machen. Galoppieren. Warte mal. Abseits des Weges galoppieren. Wo ist denn hin? Warte mal. Sollen die eigentlich rennen? Ich bin jetzt eben nur nicht gerannt, weil die erzählt haben. Und weil ich das da mitnehmen will. Verzeihung bitte. Oh, das ist ein Kron. Gehüt, Pferdchen, gehüt. 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 Okay, dann gehen wir mal los. Suche nach Sogen, sprich mit der Rüstungsschmiedin. Hallo. Oh, warte mal. Bambus. Hast du vielleicht ein Geschenk für mich? Geschenke, Alter. Wieso schenkt mir niemand was? Was soll das? Okay. Ist das da hinten die Rüstungsschmiedin? Ja, hört sich so an. Hallo. Samurai-Clan-Rüstung, eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürstin Masako gehörte. Aha. Wir tragen nun kurzärmlich. Hat sich das was verändert am Bild? Ich glaube schon. Ein Stück, ja. Reisendichte dem Nebel, ging der Karte um 30%. Der Controller vibriert, genau. Verringert sämtlichen Schaden um einen bedeutenden Wert. Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Erhöhung der Karte um einen bedeutenden Wert, das Leiden von Schaden gewährt zu 15% Entschlossenheit. Oh, das wollen wir aber machen. Wir kommen gleich wieder. Wir suchen noch ein bisschen Ressourcen. Hat er vielleicht irgendwas für uns? Schwerst du mich? Stahl und Vorräte. Hatten wir nicht mal Stahl? Ach, wir haben nur einen Stahl. Leider nicht. Aber ich brauche Vorräte. Bitte. Oh. Okay, also mein Brenn. Schon wieder. Man muss doch hier irgendwo Vorräte finden. Ich weiß, ich habe euch schon mal ausgegaunert, aber... Es wäre trotzdem äußerst schön, wenn ihr mir jetzt was abgibt. Hm. Ach, wir suchen ja immer noch Sogen. Einen Mönch. So, mal reingehen. Was ist ein Mönch? Bist du der Jene, den ich suche? Nö. Warum nicht? Vorräte. Hahahaha. So, dann werden wir das mal schnell verbessern. Die war... Nicht hier vorne. Verdammt. Sie war auf der anderen Seite. Oh, da ist noch mehr. Ich bin sehr geizig. Alles, was ich sehe, will ich behalten. War doch hier, warte mal. Sind ich hier irgendwo? Ja, hier vorne. So. So. Ja. Ui. So sehen wir den Argus. Jetzt sehen wir sie aus. 500. Schön. Yay. Was haben wir eigentlich gerade an? Welche Rüstungsausstattung in den Optionen? Und Aussehen, ob ich jetzt dazu zu weisen und individuelle Ausstattung zu erstellen? Äh. Hä? Das hier, oder was? Nee. Na, mir auch egal. Wir gucken mal hier. Kleidung. Ja, das lädt ein bisschen. Oh, Drach des Reisenden. Ach ja, genau. Bedeutender Erhöhung. Das ist praktisch dasselbe, bloß anders. Ja, wir behalten mal das hier. Samurai-Clan-Helm. Mit Stolz von den Samurai von Tsushima getragen. Ach ja, dann behalten wir mal das Mond-Ding. Gut, ja, wir behalten mal das hier. Jetzt suchen wir immer noch unseren... Suchen nach Sogen. Da hinten will jemand reden. Da hat jemand Redenbedarf. Bist du Sogen? Ich habe, das habe ich schon gemacht. Ich glaube, ich habe den Talisman schon. Ich habe das doch irgendwie alles schon gemacht. Kami-Talisman, oder? Oder nicht? Hat er mir jetzt einen neuen Weg gegeben? Nee. Habe ich schon gemacht hier. Gut. Wir suchen immer noch den guten Sogen. Das war er schon mal nicht. Da können wir nicht rein. Gut, wir gehen nochmal da vorne rein. Das sind doch Mönche hier alles. Wo ist er nur? Ist er untergetaucht? Oder ist er das? Du bist nicht Sogen. Hm. Da sind leuchtende Kühe. Bist du Sogen? Ah, das ist mir eine Ehre. Junjin. Hm. Den bin ich doch schon zweimal vorbeigelaufen. Also, das ist sie. Wie lange gewinnen? Was habe ich gesagt? Wie Você ist der Kunde? Was ist der Kunde? Ich habe ich gesch onten. Ich werde meinen Arzt und kriege ich die anderen. Ich werde mit ihnen verleten. Man muss sie das. Und dass sie sich... Ich werde dir das so verletzten. Ich werde nicht. Die, ich werde ich nicht verletze. Hm. Mir ist nichts aufgefallen. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung, oder? Ja, wir sind da vorne lang. Er hat mir keine Vorräte gegeben, oder? Da ist sie. Okay. Vielleicht ist ja auch das Sogen der Böse. Das stimmt echt. Okay, wohl die Verräter hier überall. Spähen. Was soll ich machen? Verdammt, ist es gemein, da ist Bambus. Das war knapp jetzt. Oh, da liegt noch Vorräte. Unser Bogen ist auch noch rot. Wieso hat er uns einen roten Bogen gegeben? Kann ich mich nirgendwo stecken? Okay, da vorne ist Gras. Oh. 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 Die Vorräte zeigen uns den Weg. Mein Ziel ist weg. Oh. 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 Du hast Wahnsinn. Oh. Ich verstehe, wie sie einfach laut ist. Verschont den Mönch. Äh, nee, den Mönch, nicht den Mönch. Habt ihr Vorräte dabei? Die Wasserkampfhaltung ist effektiv gegen Schittträger. Halte R2 gedrückt und drücke O, um zur Wasserhaltung zu wechseln. Okay. Zu, bleiben bereit. Okay. Hilfe. Ich will nur gucken, ob die noch was dabei haben. Denn wir müssen uns ja ein bisschen... So. Leider nix, leider nix. Ach so, hier, leider hier hinten. Binde. Gut, das haben wir. Oh, was haben wir hier? Leder. Hier hinten haben wir noch was. Ein paar Vor... Oh, was gibt's hier? Ach so. Ist einfach nur, um uns zu verstecken, glaube ich. So, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, beenden wir mal diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Ich wünsche euch. So, wie so? Ihr mind... So, wie wir hier, g2, g2, g3. Buh, was hat nicht. Oh, das ist... Ich danke, um wunderschön. Jetzt. Ich gut. Ich bin, gest 승 Series. Untertitelung des ZDF, 2020